Ein 77-Jähriger verursachte aufgrund gesundheitlicher Probleme einen Selbstunfall. Das Auto kam von der Straße ab und blieb in einem Wintergarten stehen. Am Samstag, 27. April 2013, kurz nach 10 Uhr, dürfte aufgrund gesundheitlicher Probleme ein 77-jähriger Schweizer bei der Baldeckstraße die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben, worauf er von der Fahrbahn abkam. Das Auto rollte weiter über Swiesland, bis es schließlich in einem Wintergarten stehen blieb, wie die Kantonspolizei Aargau ausführt. Eine Ambulanz brachte den 77-Jährigen aufgrund der gesundheitlichen Probleme ins Spital, wo er kurze Zeit später verstarb. Das Unfallfahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Die Baldeckstraße war daher erschwert passierbar. Die Feuerwehr Baden wurde zur Verkehrsregelung aufgeboten. der Schleif classroom die Untertitelung des ZDF, 2020